So, jetzt haben wir ein paar Steirungskosten mit Hannes, den so ein Techniker. Ich trüfte jetzt das Geheimnis von Schönerlich. Schauen wir mal rein, wie es dringend ausschaut. Okay, hast du jetzt was? Außer das sind unsere Relaiskorten. Lichtcomputer, Lauflicht, Dimmer. Das ist da drinnen, das ist der Lastteil. Also haben wir die ganzen Schütze, Relais. Da drinnen ist die SPS. Ja, ist nämlich alles SPS gesteuert. Zeit gesteuert. Ja. Da haben wir die Sicherungen. Da hinten geht der ganze Kabelstrang raus, was sich dann aufteilt aufs ganze Kreuz. Und vorn haben wir Schaltbordner. Da können wir alles schalten. Ist praktisch, wenn wir das Kreuz probieren, nachher kann man das ausprobieren. Jetzt siehst du noch was? Das ist so, dass es schuldig ist. Das soll es jetzt nicht unbedingt gehört sein. Passt. Dankeschön.